Ne, wieder da. Der kleinste Needs in Update, ich fick alle. Ich glaube nicht. Ich fick euch. Oh mein Gott. Geh, geh. Jo meine Freunde, was geht ab bei euch? Biber hier am Start. Und nach neun Wochen hat das Warten nun endlich ein Ende. Die neue Operation mit dem Namen Bloodhound wurde nun endlich gedroppt. Und ich muss sagen, schon allein der Coin sieht sowas von verdammt geil aus. Also einer der geilsten Coins, die bisher überhaupt rausgekommen sind. Muss man ganz ehrlich zugeben, also nach der unglaublichen Pleite der Operation Vanguard ist das hier ja schon zu Beginn ein absoluter Hingucker. Und was dem ein oder anderen schon aufgefallen sein sollte, ist der neue Private Rank. Man fängt mit dem Rang 1 an und kann sich dort hocharbeiten und XP bekommen. Wie man es aus dem ein oder anderen Onlinespiel vielleicht schon kennen sollte. Und mit jedem Rank, den man erreicht, bei dem Private Rank, kriegt man einen neuen Drop dazu. Hierbei beschränken wir uns auf Weapon Drops, also Skin Drops. Es gibt insgesamt drei neue Collections, die ich euch auch gleich vorstellen werde. Und auch drei alte haben den Weg wieder ins Spiel gefunden. Zu Beginn habt ihr die Möglichkeit zwischen diesen beiden Missionsfaden zu wählen. Und diese werden wiederum mit einer eigenen Storyline begleitet, die allerdings nichts mit den letztendlichen Missions zu tun haben. Aber ich finde, das ist trotzdem mal eine gelungene Abwechslung. An dieser Stelle sei das Ganze mal abgebrochen. Auf jeden Fall könnt ihr durch die verschiedenen Missions XP bekommen und somit leveln. Natürlich, je schwerer die Mission wird, desto mehr Experience Points könnt ihr auch dort gewinnen. Und ihr seht schon, es gibt ganz viele verschiedene Wege, wie damals schon. Und natürlich die letzten Missionen werden die meisten XP abwerfen. Ihr könnt natürlich auch noch Experian Points bekommen, wenn ihr die ganz normalen Web-Server besucht, die verschiedenen Modi. Zum einen Deathmatch, Arms Race, Demolation, Casual. Und was wir natürlich gemerkt haben, was die meisten Points abwirft, ist Competitive Matchmaking. Wie man hier schön sehen kann, habe ich 2000 Experience Points bekommen durch ein Matchmaking. Und im Gegensatz zu einem Deathmatch, was jetzt auch missionsbezogen war, 400 plus den Mission Reward von knapp 800. Also können wir sagen 1200 XP. Geil, Alter. Einfach nur geil, Mann. Geiler geht diese Erde nicht, ja. Private Crack, Mann. Ich auch. Oh, ich habe die... Ich habe die Falk... Ich habe die Case gegript bekommen. Ja, es gibt natürlich auch eine neue Weapon Case, die sich dort die Falken Case nennt. Und es gibt da sogar ein neues Knife drinne. Und zwar, wie soll es auch anders sein, das Falken Knife. Sieht aus wie ein großes Flipknife. Die Animation ist extrem cool. Werde ich euch auch später mal einblenden. Ich habe eine gedroppt bekommen nach einem Matchmaking. Das bekommt ihr auch nur gedroppt, wenn ihr diese Operation aktiviert habt. Und diese werde ich nun öffnen. Ich kann es echt noch... Heil geben! Go, go! Oh mein Gott, ich habe die Hyperbeast gesehen. B, B, B. Hätte ich diesen Affen? Oder ist das Ingame? Irgendwann mit Voice. Nein! Ich gehe A, hallo, ich gehe A. Ich gehe B, keine Ahnung. Ich gehe auch mit A. Hey, aber die sieht geil aus, wenn sie FN wäre. Zusätzlich zu der neuen Case, beziehungsweise zu den neuen Skins und auch den neuen Collections, die ich euch auch gleich noch zeigen werde, gibt es natürlich auch noch neue Maps. Wie man hier schon gut sehen kann, sind es 5 DE-Maps, also Diffuse-Maps und eine einzige Hostage-Map, die bereits bekannt ist, und zwar Agency. Ein neuer, alter Bekannter dürfte natürlich DE-Season sein, die natürlich mit der letzten Operation Wengard reingekommen ist und nun auch mit der Operation Bloodhound wieder im Map-Pool drin ist. Und ich denke mal, nach dieser Operation wird die auch fest im Map-Pool verankert sein. Für immer, hoffe ich doch mal. Der nächste Augenschmaus ist DE-Resort. Den ein oder anderen wird das wahrscheinlich so ein bisschen designtechnisch an eine Call-of-Duty-Map erinnern. Allerdings finde ich die gar nicht mal so schlecht. Allerdings wird den Matchmaking-Competitive-Bereich etwas zu groß gehalten. Aber in den anderen Modi bockt die auf jeden Fall richtig. Und vor allem, man kann mit Bällen spielen. Als nächstes haben wir DE-Log, die ich vom Look auch extrem cool finde. Ich kam mir schon so vor, als ob ich da so ein bisschen im Jurassic Park rumrenne. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch das ganz alte Spiel von 1900, ich glaube 97, 98 war das so rum, Trespasser. Wer kennt das von euch? War ein extrem cooles Spiel damals. Also ich glaube, das war auch eines der ersten Ego-Shooter mit einer krassen Physik-Engine. Also hammerhart. Und ja, erinnert mich so ein bisschen dran. Also da kommen alte Gefühle wieder hoch. Als nächstes haben wir hier DE-Zoo natürlich im Zoo angesiedelt. Und ich in einer Deathmatch-Marksman-Mission. Da musste ich 50 Kills mit der Scout machen. Und diese Map haben wir auch schon im Matchmaking gespielt. Und ich muss sagen, die lässt sich auf jeden Fall gut spielen. Bis wir erstmal überhaupt gerafft haben, wie man B gut covern kann. Aber jetzt kennen wir die Wege. Also sehr, sehr cool. Und nun die letzte der sechs Maps, die ich am allerbesten für den Competitive-Mode geeignet finde. Natürlich auch mit Season zusammen. Und zwar DE-Rails. Die AWP wird so teuer sein. Ich bin eben B90, oder? Ich bin auf Server B90. Kommt immer am Krieg, Leute. So, zu guter Letzt werde ich nochmal auf die Skins eingehen. Ich habe euch ja gesagt, es gibt drei neue Collections, die ich euch gleich zeigen werde. Und natürlich auch drei alte Bekannte. Die wiederum gedroppt werden bei jedem Levelaufstieg. Durch die Erfahrungspunkte. Das habe ich ja am Anfang des Videos erklärt. Aber ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf die Falken Case ein. Ich habe euch ja schon das Knife gezeigt. Und auch wie ich eine geöffnet habe. Aber fangen doch einfach mal unten an. Ich finde sogar als Blue Skin finde ich die Galil AR Rocket Pop gar nicht mal so verkehrt. Muss man ganz ehrlich zugeben, für den Blue Skin sieht die echt verdammt cool aus. Könnte auch echt ein Pink Skin sein. Wenn nicht sogar, obwohl vielleicht für den Red ein bisschen zu krass, aber ein Pink Skin auf jeden Fall. Den Rest kann ich jetzt, sage ich mal, nicht so ganz enjoyen. Ich finde auch die Torque, damals auch bei der AUG, ich finde das einfach nicht so toll von der Farbgestaltung her. Aber jedem das Seine. Die Neural Net finde ich gar nicht mal so schlecht. Erinnert mich so, keine Ahnung, dieser Gelbton, so ein bisschen so eine Bananenwaffe. Ich muss auch sagen, hier gibt es öfters mal hier so irgendwie in Gelb gehalten. Scheint wohl im Moment trendy zu sein bei den Skins. Die Evil Day Mew, keine Ahnung, sieht auch ganz okay aus, finde ich. Und, ähm, nun gut, die Ruby Poison Dart. Ja, so lala, Handgun, finde ich gar nicht mal so verkehrt. Und was ich natürlich sehr feiere, ist natürlich, dass mal wieder eine Cyrex mit drin ist, die SG553. Finde ich cool, wobei das Design ja mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht ist durch die M4 und auch durch die Autosniper, aber nun gut. Und dann haben wir die AK-47 Aquamarine dabei, die finde ich extrem geil. Ist so ein schöner matter Look, ich finde die Farbgestaltung ist ziemlich geil. Also, Ingame macht die auf jeden Fall was her. Und was mich natürlich extrem freut, ist natürlich, dass die Hyperbeast am Start ist. Ich habe schon damals im Workshop gefeiert, M4A1S Hyperbeast war ja in der letzten Chroma 2 mit drin. Und nun ist sie hier in der Falcon Case mit drin. Und das Knife habe ich euch ja schon eingeblendet. Gehen wir mal weiter zu den anderen Collections, die wieder mit dabei sind und die auch wieder gedroppt werden. Was wahrscheinlich jedem eine Freude bereitet, ist natürlich die Carbestone Collection, ist wieder mit am Start. Wie gesagt, bei jedem Levelaufstieg kriegt ihr eine dieser Waffen gedroppt. Und natürlich ist immer wieder jeder heiß auf die Dragon Lore. In Factory New, derzeit 2.000 Dollar wert, beziehungsweise wird der Preis jetzt natürlich wieder ein bisschen runtergehen. Das ist ganz klar, weil natürlich jetzt ist die Drop Radio natürlich wieder am Start. Und auch die M4A1S In Factory New war eine Zeit lang gar nicht mehr im Market, beziehungsweise nur für 360 bis 400 Euro. Und nun ja, die ist jetzt auch wieder ein bisschen gedroppt, ist klar. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall wieder drauf freuen. Die nächste Collection, die wieder am Start ist, ist die Cash Collection. Da ist der geilste Skin natürlich die Cerberus, da muss man gar nicht lange drüber reden. Und auch hier die Toxic finde ich extrem geil. Und dürfte auf jeden Fall bekannt sein, die Collection. Genauso wie die Overpass Collection natürlich die Masterpiece extrem genial. Die Pink Didi Pad und auch die Road Rash fand ich ganz cool. Der Rest ist, nun ja, so lala würde ich mal meinen. Also das ist ein, ja, also Contra Spirits, Scorch und so. Also das kann man jetzt nicht wirklich feiern, diese komischen Skins. Aber die zwei hier auf jeden Fall cool, beziehungsweise die drei hier auf jeden Fall gut am Start. Dann kommen wir nun zu den drei neuen Collections. Und zwar The Gods and Monsters Collection. Und das hier wird wahrscheinlich ähnlich wie eine AWP Dragon Lore gehalten. Und zwar gibt es nur einen Pink Skin und diesen könnt ihr dann natürlich hochkontrakten zu dieser AWP Medusa, beziehungsweise auch gedroppt bekommen. Und die sieht, finde ich, auch gar nicht mal so verkehrt aus. Allerdings im Gegensatz zu einer Dragon Lore jetzt auch nicht so unbedingt krass. Aber die Poseidon zum Beispiel, die gefällt mir auch relativ gut. Die Cronos kann man auch feiern. Die hier finde ich extrem geil. Habe ich mir gestern mal ingehm angeguckt aus dem Market. Also hat so einen richtigen schönen Aqua Deep Sea Look. Also finde ich extrem geil. Ich bin ja eh so ein Vertreter von so türkis-Blautönen. Also finde ich extrem geil. Die hier sieht ein bisschen aus wie die Chainmail in Scratchy. Keine Ahnung. Also die Skins wiederum kann ich überhaupt nicht feiern. Keine Ahnung. Also wer daran gefallen hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hier in dem oberen Gefilden sieht das extrem geil aus. The Rising Sun Collection. Ja, was soll man dazu sagen? Die Deagle finde ich extrem cool hier. Die Sunset Storm hat so einen schönen rötlichen shiny Look. Und Daybreak weiß ich jetzt nicht so genau. Der Rest geht mir jetzt nicht so rein. Midnight Storm finde ich auch noch cool. Also ich sag mal so, als Terror könnte man die hier spielen. Als City könnte man die hier spielen. Finde ich ganz cool. Und ich weiß nicht. Erinnert mich an so eine typische Oma-Tapete hier, die Terrace. Aber, ich weiß nicht. Was soll man von dieser hier halten? Hydroponic. Weiß ich nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Und hier ein Redskin, die Akihabara Accept. Ja, was auch immer das sein soll. Da ist irgendein komisches Ding draufgezeichnet. Keine Ahnung. Kann ich jetzt von der Farbgestaltung noch nicht so ganz enjoyen. Müssen wir mal gucken, wie sie hingehend aussieht. Und dann The Chop Shop Collection. Das ist mit Abstand die schlechteste Collection, meiner Meinung nach. Also Twilight Galaxy. Also ganz ehrlich, mega simpler Skin. Hot Rod gab es ja damals schon. Die AUG und die MP9 war es, glaube ich. Und jetzt gibt es eine M4A1S. Keine Ahnung. Sieht echt aus wie so ein... Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Sieht einfach nur komisch aus. Würde ich jetzt nicht unbedingt enjoyen. Aber was viele wahrscheinlich freuen wird, ist mal wieder ein Fate Skin. Und zwar die Mag10 Fate. Wahrscheinlich kommen die dann wieder auf Goloch an. Und wollen da ein Lamborghini für haben. Aber ansonsten... Gut, die Whiteout finde ich vielleicht auch noch ganz geil. Und die Desert Eagle Knight, wenn sie Factory New ist. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Vielleicht die Power Green geht auch noch klar. Aber ansonsten... Ja, geht das. Aber wie gesagt... The Gods and Monsters. Das ist auf jeden Fall geil. Wie der Name schon sagt, ne? Monsters, Medusa und Gods hier Poseidon zum Beispiel. Ganz klar. Alles aus der griechischen Mythologie gehalten. Und ja, finde ich auf jeden Fall cool. Und da bin ich eigentlich auch schon fertig mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, das komplette Review, dann lasst ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns heute Abend nochmal mit einem Case Opening von der neuen Falkien Case. Und darauf könnt ihr euch freuen. Ich mache 10 Stück auf. Und dann würde ich mal sagen, bis demnächst. Und vor allem vergesst nicht zu liken, ihr Mixer! Bis zum nächsten Mal.